Wir sind voll besetzt, haben hier aber noch ein Schiff nicht ganz ausgerüstet. Okay, aber was ich gerade sehe, hier ist ja nur 14 von 50, da können wir doch definitiv erstmal was machen. Erweiterte Magazine, macht auch Sinn. Subsystem, weiß ich nicht was das ist, nehmen wir aber auf jeden Fall auch mit. Oh gut, das nehmen wir auch. Wenn wir schneller werden, ist das bestimmt nicht schlecht. Jetzt fehlen uns nur diese Blast Doors. Kommen, die nehmen wir auch noch rein. Jetzt haben wir 38. Jetzt gucken wir mal weiter, was hier so machbar ist. Flux abbauen, nehmen wir da mal zwei mehr. Okay, das ist passend, soll nicht schlecht sein, denke ich mal. Das ist mit 50 voll ausgerüstet, gut. Dann müssen wir mal gucken, wen wir hier noch so zur Strecke bringen können. Da oben ist auch noch was. Die werden wahrscheinlich nicht so zu uns wollen. Starten wir mal. Die sind schon alle weg. Was ist das? Zu stark. Gibt es was passendes für uns? Das ist ein einzelnes Schiff, aber von irgendeiner anderen Truppe, die lassen wir mal erstmal in Ruhe, erstmal die Piraten, bis wir ein bisschen besser sind. Was haben wir da? Nee, das ist nicht so gut, glaube ich. Da müssen wir noch was etwas Kleineres finden. Das sieht auch verdammt gut aus, was da gerade kommt. Und fliegen wir da hin. Ja, das wäre es vielleicht gewesen, aber leider ist es weggeflogen. Oh, der ist doch schön. Aber der ist alleine, der wird wahrscheinlich dann auf der Flucht sein, ne? Ja, das wird wohl nicht klappen. Gehe ich mal von aus. Ja, siehste, der haut ab. Open Command, dann gibt es was anderes? Nee, nicht wirklich. Okay, greetings, honorable commander. We are humble league commercial trading fleet. For the supply, we fought. Ah, super, solche Sprüche. For Sam. Eigentlich wollen wir die ja kriegen, aber das klappt doch sowieso nicht. Die hauen immer alle ab. So, gucken wir mal weiter. Oh, da ist schon was los. Das ist zu groß und das ist sowieso zu groß. Obwohl die ja mitten im Kampf sind. Da bleibt vielleicht nur ein bisschen über. Aber die sind nicht kampfbereit, dann gehen die ja auch nicht mit uns im Kampf. Was ist das? Ja, das wäre ja nicht schlecht, ne? So, und das ist gleich minimiert, wa? Schaffen wir das? Kriegen wir die noch? Ja, und Move to Engage geht auch. Den müssen wir als erstes angreifen und gucken, dass wir den schaffen. Transfer, nö, brauchen wir nicht. Unsere Truppen sind so gut. Wir nehmen alle mit. Und geht's auch rein. So, den eskortieren wir mit den Interceptor Wing hier. Und dann muss es eigentlich schon gehen. Gut, rein. Schutzschild auf. Sonst habe ich das nachher wieder vergessen. Und den Dicken anvisiert. Ich denke mal, das ist hier einer, oder? Oh, wir müssen immer mal ein bisschen Gas geben. Das vergesse ich nämlich auch gerne, ne? Und da ist er schon. Oh, ja. Und gleich ist er schon kaputt, oder? Oh, komm, wir müssen den haben. Shit. Jetzt ist unser Schiff gerade überladen. Können wir wenden? Ja, können wir. Okay, der Dicke ist kaputt, aber wir haben auch ein Schiff, glaubt, verloren, oder? Oder ist es nur am Wenden? Und, 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 du gehst nicht mehr weg, mein Freund. Und, Dich will ich haben. Wunderbar. Und, das war's, oder? Ne, wir haben unsere Flotte zwar hier irgendwie einen Interceptor Wing verloren, aber sonst ist alles geklappt. Ich dachte, den hätten wir verloren. Das ist ja gut, ne? Send out. You send out the Heftene to secure the Wrecks from the... Ja, klar. Und? Sag nicht, wir haben das gekriegt. Krass. Stark. Drei Lebenssignale sind an Bord. Organize a boarding task force. Ja, machen wir doch mal, ne? Okay. Sieben Marines haben wir reingesetzt. Ja, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich noch was aufmachen, ne? Komm, machen wir mal so. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Hard dog and attack ship to ship. Launch assault team from a distance. Abort the operation. Komm, zack. Okay. Pick through the salvage. Light dog gun machine. Können wir wahrscheinlich alles nehmen, oder? Ja, können wir. Und unser Fleet besteht jetzt aus nix. Können wir nicht angucken. Können wir nix angucken. Das ist erstmal nur das. Gut. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir da rein. Und dann gucken wir mal hier rein. Ne, das Ding haben wir nicht gekriegt. Schade. Das wär's noch gewesen, ne? Ja, aber wir sind hier schon eine ganze Ecke weiter. Da fehlen uns gerade mal noch tausend Punkte. Fleet müssen wir mal grad gucken, was uns am Personal fehlt. Da fehlt einer. Da fehlt keiner. Da fehlen zwei. Das sind drei. Okay. Crew und Cargo. Zwei. Ja, kommen immer drei Grünnasen. Oder kommen immer fünf, damit zwei Reserve. Was brauchen wir noch? Hier haben wir Supplies eigentlich noch genug. Die wollen wir behalten. Und da müssen wir gleich gucken. Light Dual Machine Gun. Das müssten wir eigentlich einbauen können hier bei unserem Flugzeug hier. Diesen hier. Da war doch was empty, oder nicht? Ne, das ist auch das Falsche. Das ist es. Empty, empty. Das ist nicht empty. Einer available. Der will da aber nicht rein. Ach so, da müssen wir erst da was abbauen. Hm, was bauen wir denn hier ab? Diese tollen Türen machen wir weg. Aber einer fehlt noch. Dann da einer. Und die gehen dann da rein. Gut, damit haben wir denn die Light Dual Machine Gun eingebaut. Gut. Crew und Cargo nochmal angucken. Ach, da Marines. Da ist einer weniger. Ich hätte gerne wieder einen Marine mehr. Aber die sind so teuer, ne? 360 Credits. Ach, sechs reichen auch erstmal. Lassen wir erstmal. Obwohl, wir können mal das gerade verkaufen. Ja, dann können wir uns auch einen Marine leisten. Nein, nicht 129 ein. Haben wir wieder sieben. Gut. Ja, das Ding ist zwar ein bisschen Geld wert, aber ich hätte es gern behalten, ne? Ja. Wie sieht's mit dem Dingens aus? Das ist nicht. Fliet haben wir geguckt. Refit, Cargo, Map. Warum alles nicht? Raus da. Und was kostet die Reparatur? 38 Supplies. Wir haben mal gerade 51. Ne, das lassen wir mal so. Gut. Fliegen wir weiter. Einmal Pause und gucken wir uns das an. Oh, da sind so viele kleine bei. Die kleinen, die sind gar nicht mal so ungefährlich. Das lassen wir mal außen vor. Da unten sind auch noch welche, aber die sind noch besser. Ja. Wie sind sie denn jetzt? Ah, jetzt ist der dicke weg. Na, das bringt uns aber auch nicht weiter. Den lassen wir lieber fliegen. Und was ist das? Das ist das von eben, ne? Ne, das lassen wir mal. Das ist nicht gut. Jetzt sind die weggeflogen durch das Wurmloch. Ah, ein Schiff von uns ist schon mal heiler. Einmal gerade zwischen, dann nur noch ein paar Supplies kaufen. Neun ist ein bisschen wenig. Äh, wo sind sie da unten? 14. Confirm. Gut. Keine Repairs. Okay. Gut, dann müssen wir mal schauen. Aha. Sehen wir die noch? Die ist nix. Das ist überhaupt nix für uns. War die da immer schon, dieser Planeter? Landen wir da mal, ne? Da gibt's nix. Kann man das hier gut verkaufen oder nicht? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, 12 kaufen wir so ein und 10 verkaufen wir so. Das bringt also nix. 300. Ne, das ist hier alles über, würde ich sagen. Fliegen wir weg. Was haben wir da? Das ist was. Gucken wir, dass wir die kriegen. So was haben wir eben schon mal angegriffen, ne? Komm, 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 wunderbar. Move into Engage. Passt das so? Ja. Alle? Ja. Und los geht's. Den hier eskortieren wir, ist klar. Und los geht's. Rein ins Vergnügen. Ja, Schild an. Nicht wieder vergessen oder so. Links ist der Dicke, den nehmen wir. Nehmen wir mal drauf. Ja, wir kriegen zwar hinten gerade den Hintern voll wahrscheinlich. Aber ich möchte gerne, dass der knallt. Ja, geht weiter. Schön. Jupp, ging weiter. Weil jetzt ist er kaputt. Jetzt müssen wir gerade unser anderes Schiff noch ein bisschen unterstützen. Oder hauen die schon ab? Die hauen schon ab, ne? Ich glaube, die hauen ab. Oder, ne, sind im Kampf. Die sind im Kampf. Und den anderen kriegen wir da auch noch, oder? Nicht abhauen. Komm, 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 komm. Jupp, das war's. Okay, dann ist der Kampf auch zu Ende. Gucken, was wir dabei rausholen, ne? Sind... Ja, 4.300 Credits, das ist doch schon mal was. Ja. Okay. Und, ja, das gibt's auch noch dazu, so als kleinen Bonus. Anti-Material Blaster, ich glaube, der ist gar nicht schlecht. Die Waffen nehmen wir erstmal alle mit. Fuel nehmen wir auch mit. Und hier müssen wir wahrscheinlich schon mal weniger mitnehmen. Das sind nur 45, die wir da schaffen. Einmal die Shift-Taste, 45 ausgewählt. Oh, das sind schon zu viel. Aber das sind 10 zu viel. Was machen wir denn da? Obwohl ich momentan dazu neige, alle mitzunehmen. Komm, zack, und dann zur Station zurück, oder? Und wir sind aufgestiegen. Sehr schön. Gehen wir da rein. Zwei Command-Punkte. Was haben wir hier? Power Grid Modulation. Flux abbauen und Shield Damage taken weniger. Auch gut, das nehmen wir. Geschwindigkeit. Was haben wir hier noch? 20% Hit-Strange vor Target. Komm, das sind 30%. Das ist cool. Nehmen wir. Okay. Unser Flotte sieht so aus. Keine Truppen verloren, guck mal an. Und hier können wir vielleicht noch was anbauen, ne? Oder? Ach so, dann müssen wir wieder was abbauen dann. Vulkan kennen. Dann haben wir auch noch. Was haben wir denn hier so? Komm, das bauen wir mal ab hier. Und dann bauen wir was an. Das sind fünf. Das haben wir hier. Harpun 750 und der hat Damage 500 und EMP Damage 750. Das heißt, da bauen wir den anderen dran. Gut. Vulkan kennen. Haben wir noch einen, alles klar. Der ist noch empty. Aber da würden wir noch eins dran erbauen können. Aber da müssen wir noch was loswerden dann. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das sind so die Shield Expanded Magazins. Oder hier was verringern, nicht verringern, nicht verringern. Warte mal, das reicht doch schon, oder? Vier. 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 Gut. Machen wir den hoch. Wunderbar. Wie sieht es hier aus? Alles prima, oder? Ja. Gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt vielleicht da hinschaffen, oder? Los. Die sind nicht auf dem Weg zu uns, aber wir sind auf dem Weg zu dem. Gut. Was müssen wir denn hier reparieren? 23. Komm, das machen wir sofort. Und dann gucken wir mal hier rein, was wir hier noch alle so machen können. Das ist da. Prima alles. Das müssen wir noch verkaufen, ne? 10. 10 verkaufen. Confirm. Dann sind noch 5 zu viel. Die waren auch weg. Anti-Materia Blaster. Damage 1200. Charge 20. Ja, aber können wir irgendwie nicht an das eine Schiff anbauen. Den haben wir gerade abgebaut. Den schmeißen wir dann auch weg. Gut. 8.246. Soll mal erst reichen, denke ich. Das sieht so aus. Correct. Da haben wir auch gemacht. Wie müssen wir... 6.500 Punkte müssen wir da machen. Gut. Raus da. Ja, würde ich mal sagen, lieben wir zwar jetzt gerade hier ein Stück, aber dann gehen wir in eine Pause, ins Escape. Und dann würde ich mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.